Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf dem Premium Wanderweg Fünf-Weier-Tour. Diese Wanderung hat etwa 12 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Tour so ist, dann kommt mit! Guten Morgen liebe Wanderfreunde! Guten Morgen! Wirklich Wander Александr in der Küchen-Wanderwein. Zutaten wir mal mit dem Kuchen Sollte Kuchen. Ich habe die Kuchen. 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 Lass sieben. Herzlich willkommen! Zitzen, Zitzen. Zitzen, Zitzen. Läcke Ich bin immer noch nicht fertig mit dem Kohlwals. Vielleicht schços ich einen kleinen Pfennlager. Ich habe einen kleinen Pfennlager. Ich habe einen kleinen Pfennlager. Ich habe ihn mit einem Pfennlager. Ich habe einen schönen Tag für die Pfennlager. Ich habe den Pfennlager, meine Pfennlager. Ich habe meine Pfennlager und ich habe mich sehr gut! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kaunsch Zitzen. Zitzen. noch etwa einen kilometer dann sind wir auch schon wieder am auto die tour hat uns gut gefallen vor allem wegen den schmalen pfaden das war genau unser ding daumen hoch dafür wenn euch diese wanderung auch gefallen hat würden wir uns über kommentare sowie über einen daumen hoch sehr freuen also bis dann ciao ciao und auf wiedersehen und bis nächste woche so so noch etwa einen kilometer dann sind wir schon wieder am auto die tour hat uns gut gefallen noch etwa einen kilometer dann sind wir auch schon jetzt sieht man dich sache ich mich da machen